Oh mein Gott Leute, ich küsse Anna Schriegel auf dem höchsten Karussell der Welt. Mehr dazu gleich, denn eigentlich wollten wir nur auf das mit 117 Metern welthöchste Kettenkarussell gehen. Nur als ich die Höhe am Anfang gesehen hab, wurde mir echt ein bisschen schlecht. Ich war mir kurz nicht sicher, ob ich's machen soll. Allerdings bin ich extra für die Bucketlist hierher gekommen. Anna meinte, dass ich mich dabei unterstützen würde, also haben wir uns beide auf dieses welthöchste Kettenkarussell gewagt. Sie war echt auch kurz aufgeregt, ich hab's kurz bereut, aber dann ging's auch schon hoch. Am meisten Angst hatte ich dann fast nur noch um mein Handy und hatte echt Schiss, dass ich's irgendwie aus der Hand fallen lasse. Am Ende ist Gott sei Dank alles gut gegangen und ich war echt mega happy, dass ich das gemacht habe und ich endlich einen weiteren Punkt auf der Bucketliste abhaken konnte. Und ob wir uns wirklich da oben geküsst haben, das seht ihr jetzt bei Sandra auf dem Kanal. Und wir sehen uns hier.